Sie möchten sofort zur Auswahl der Windows-Verwaltungsprogramme. Dazu drücken Sie einmal auf diese Windows-Fenster-Taste und halten sie gedrückt und dann gleichzeitig einmal auf die Taste X. Also ich drücke jetzt die Windows-Fenster-Taste und jetzt die Taste X und dann haben wir genau diese Auswahl aller Windows-8-Verwaltungsprogramme, die zu diesem PC gehören. Das war es schon einmal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video.